Wir wollen die Müller nicht mehr. Das ist die Realität. Aus die Maus. In drei Monaten gibt's Übergangszeugnisse und dann hat diese unfähige Kuh unseren Kindern die Zukunft endgültig versaut. Das wissen wir alle, Wolf. Wie hieß es von Fritz? Oh, das Ganze. Mit Lukas? Äh, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Oh, Tag zusammen. Tag Frau Müller. Wir haben kein Vertrauen mehr in Ihre pädagogischen Fähigkeiten. Also haben wir die Entscheidung getroffen, Ihnen nahe zu liegen, die Klasse abzugeben. Frau Müller, das sind Kinder und die sind total terrorisiert. Und ich auch. Wir wissen, dass Sie eine Therapie machen. Ich muss zur Physiotherapie. Man wird ja wohl noch Rückenschmerzen haben dürfen. Fassen Sie sich gefälligst an Ihre eigenen Nasen, bevor Sie mich hier für Ihre Fehler verantwortlich machen. Wow. Frau Müller? Frau Müller! Hallo! Was kann ich denn dafür, dass deine Tochter zu blöd für sowas ist? Meine Tochter ist nicht blöd! Wenn's um Konflikte geht, wird das hier immer unterirdisch. Ist das so eine Art Arbeiter- und Bauern-Spätschein auf eurer Genkarte oder woher kommt das? Ich werde nicht auf Hartz IV landen, nur damit der Junge jemanden hat, mit dem er Fußball spielen kann. Ich wundert mich überhaupt nicht, dass dein Kind so richtig einen an der Waffel hat. Könnte ich bitte noch einmal deine wunderschönen Brüste singen? Seit wann sind Eltern denn Objektiv? Was ist das denn für ein Bock mit? Im Grunde genommen machen wir das in Frau Müllers Interesse. Ich suche Frau Müller. Im Wasser?